Mich auch. Gib mir deine Geschenke. Liebling, liegst du dir mal bitte unter den Baum? Komm, setz dich, entspann dich. Du auch, Valerie, setz dich. Du musst den Weihnachtskuchen probieren. Der ist ausgesprochen gut. Valerie, isst dein Kuchen auf. Sonst gibt's Ärger. Alter, lernt euch kennen, trinkt Champagner, habt einen schönen Weihnachtsabend. Alles klar? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020